Assalamu alaikum meine Lieben, gerade Livestream beendet. Jetzt geht's los. Mahmoud wartet in der Klinik. Ich weiß nicht, mache ich jetzt einen Unfall mit der Bank. Irgendwas? Stopp war da hinten. Schau mal, was ich dabei habe. Zeigst du Leid. Lidocain. Das soll der Zahnarzt. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Es gibt heute keinen Arzt. Der will mir erst röntgen und dann, jetzt habe ich umsonst die Schmerztablette genommen. Hi. Umsonst die Schmerztablette genommen und hab mir das Lidocain nicht noch reingeimpft. Ich sag's euch. Und wo gehen wir jetzt noch? Assalamu alaikum. Jetzt machen wir auch eine Runde. Komm, ein bisschen Benzin verplempern. Wenn ich schon, wenn ich schon hier unterwegs bin, ich mag doch, ich lieb doch Autofahren. Ich nicht. Dann hole ich einen Barber ab. Komm. Oh, nee. Also, weißt du, es regt mich auf. Jetzt habe ich mich psychisch, physisch, alles vorbereitet. Jetzt will der Zahnarzt noch ein X-Ray machen. Äh, mich röntgen morgen. Was ist denn das für eine Humpelkatze? Hast du gesehen? Ja, ich habe sie auch gefilmt. Oh, ein Humpeldi. I don't know. Boah, ist mir heiß jetzt. Was ist los? Ich brauche Klima. Ach. Wo können wir hingehen jetzt? Irgendwas können wir machen. Barber holen. Wir können auch noch eine Hamadik fahren. Was? Ich habe jetzt kein Geld dabei. Hast du Geld? Ich habe 20 Wochen. Die gehören Jonas. Der hat mir gesagt, hast du gefunden, weil es ihm untergefallen. Und dann habe ich es unter dem Bett gefunden. Guck mal, ist hier der Jonas. Sind es auch seine Freunde hier? Das sind nicht seine Freunde. Nicht? Also, nee. Also, das regt mich jetzt auf. Weißt du was? Wir gehen jetzt zu einem anderen Zahnarzt. Was? Ich sage das dem Barber. Wir gehen jetzt zu irgendeinem Zahnarzt und lassen ihn zahen ziehen. Ach, ey, sis. Der Arzt, der kann mich mal. Ist das der Barber? Nee. Das ist der Abu Helmi. Ja. Ich hub auch. Eigentlich machen Frauen das nicht. Okay. Guck mal, ob der Barber läuft oder was macht er. Guck mal, ob er in sich. Ist das? Nein, das ist ein alter Mann. Das ist nicht wahr, wie gut ich sehen kann. Hat man den im Video gesehen? Ich weiß es nicht, aber der sah aus wie 90. Sag, Frau Laila Sieb. Lass den alten Mann in Ruhe. Aber der hat auch so eine blaue Abaya. Aber guck, das ist er. Wo denn? Da. Der wo der links so. Ja. Kuh, wie er läuft. Hallo. Du willst mit uns fahren fahren? Ja, Mann. Komm mit uns. Ich gehe zu einem anderen Däntnis. Komm, 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 komm. Ich gehe nicht. Und wir gehen alle an der Räsi, an dieser Frau. Komm. Ja, ich gehe. Ich gehe. Also. Dieser Mann. Dieser Mann. Hast du Licht? Sieht man was überhaupt? Man sieht. Ja. Ganz viel. Hat man den Baba auch gesehen? Ja. Man sieht, dass es ihm unangenehm ist, wenn er jetzt einsteckt und seine Frau fährt. Und eine Frau. Und dann hört er noch hinten. Diese Ägypter. Komm, hier ist die Moschee. Hier ist der Zahnarzt. Der kann mich mal. Ich kann mich noch mit zehn Jahre auf den warten. Ich gehe jetzt zu einem anderen. Irgendein Zahnarzt zieht mir jetzt den Zahn und fertig. Mach da nicht lang rum. Sollen wir sehen, was der Mahmoud sagt? Der ist weggerannt. Weggerannt. Hi, der Bim Bam. Da hinten ist er. Ich sehe gar nichts. Da, 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 da. Oh. Ich steige Hände ein. Schnell, schnell, schnell. Und guck, dass er sich noch um sieht. Sieht mich eben. Ja. You feel shame to drive. I drive a woman. I drive. Don't speak half-telefon. Aha. Liyamal hua yahi. Yamal a shriya. Da kall eidrse baas. I drive now to Ressi to this woman. Wir gehen jetzt to der Fahnärztin. We have anyway we paid a hundred pound there. You remember? Wir haben nämlich noch hundert Pfund dort bezahlt und sind weggegangen an dem einen Tag. So, we go to this dentist. And after one week we go to the other. What was the problem in your telephone? What was the problem? I was speaking. With who? That you are so aggressive with your lovely wife. Yes, I'm speaking. You have to wait. I don't know. Do you have the phone? Who is this Sharif? Abort Sia. And what is the problem? I think he said, don't go to Dr. Rahim. Why? He is not good. Waha. I say. Was? I say he is not good. Geh nicht zu diesem Arzt. Der isch net gut. Sagt der Adit. You lie now? I don't lie, Hadid. I tell you, Godunagihamad is the best doctor, but you refuse him. So, Halas, this is Nassib. Das is Schicksal. Jetzt ruft sein Kumpel an und sagt, geh nicht zum Dr. Der ist voll schlecht zu dem Zahnarzt. You don't say we go to his son. So, so. Wir gehen doch nur zum Sohn. Der kommt frisch aus der Universität und ich bin die Laborratte. You know, Mahmoud, I cannot stop this now. I want to out it. I prepare myself physically, I'm psychologically, you know, lililili. And I need out this bullshit. I take cataflame, I take even this, lithokain, to make my mouse sleeping. Before he make, she woman give me the hognar, I take this. But you must wait, Shoya, that you know which one is hurting. I don't have hurting. But you know which piece you take it out of? Iowa. Down left. I don't, my heel, ich hab keine Zahnschmerzen. The teeth are moldy. You understand? Broken. Verfaulte Zähne sind in this. Iowa. I see enough. I see enough. Iowa, I saw it. Yes. And this must be out. Because with this I can have heart attack. I can die, I can have any other problems more. And this is not working. And how lovely you say, I see enough. Good money, can you? We cannot lie. You think I don't see enough from you? After these years? It is a money. You don't see your teeth from inside. I see my teeth from inside. Don't, don't think I don't see. Don't, I think nothing. Dieser Mann, weißt du was er gesagt hat, du mit deinem Safran-Smile. He see the bacteria was to me. He looked to me how he lives there. Joklo. He sees his hair in his eyes. Mahmood. What? Out. My car. Out. Guck. Geh raus. Der Dr. Jach, ja, guck ihn an. Wie kannst du mit dieser Frau leben? Ich krieg halt, der hat er. Das ist der. Guck, hier brauchst du gar nichts mehr. Na, hau ab. Mahmood. Ja. I don't say something. It's okay for me. It's okay for me. I see his eyes. You think you are Betsy, huh? Ja, you are. Guck mal. When I come back to him, I say I collect 25 million. It's okay for this piece. He say yes. Okay. In every joke is something real. In every joke is something real. In every joke is something real. in meinem Herzen. Das gibt nichts. Du hast nicht einen Böse in deinem Körper. Ich will dich jetzt! Jawohl, ich will leben! Die meisten Unfälle sterben hinten, nicht wir, Shani. Die da hinten werden noch vorne. Die Menschen, die in der Exzene sterben, sind nach hinten. Denn sie fliehen von der Rückseite, in der Fronten. Sie haben den Neck hier. Don't scratch the car. Die Mund. Call diese Frau jetzt. Die Gheisi, Doktor. Wir sind hier. 2 Minuten. Oh, meine Nerven. Die Zeit. Und Mahmoud, by the way, du sahst eine andere Frau? In unserer Straße. In der Straße. Wie viele Tees haben sie in der Mache? Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. In der Straße, ich sehe nicht. Ja. Du schaust nicht andere Frau. Alles. Alles in meinem Telefon. Ich bin nicht lieb. Aber in der Straße, ist alles das Gleiche. Alles das Gleiche. In der Telefonknot. In der Telefonknot. In der Telefonknot. Dann kann ich auch angereinander sehen. In der Telefonknot. In der Telefonknot. Mache. Was ihr mache, können sie auch tun. Diese Frau jetzt sein. Diese Frau. Ich cutte meine Leben für Sie. Ich verratze mich für Sie. Und dann... Wie ist denn das Mädchen, mit diesen Tees? Ich sage nicht, was die Doktor seitdem. Die Doktor, können Sie nicht so sagen. Wir haben nicht mehr seinen Mund gesehen von dem Arzt, der hat einen Mundschutz getragen. Weißt du noch die Prothesen, die wir gesehen haben? Das waren bestimmt seine Zehen. Das war der Mann und der Kinder aus der Klinik. Also die Hexe ist wieder. Hier gerade, Aladul, sag mich. Ja ja, Aladul. Aber ich habe gesagt, mein Bein ist schmerz. Dein Bein ist schmerz? Ja, schmerz, schmerz. Ich bin sehr entschuldig, ich habe es vergessen. Ich fliege hier gleich raus. Trust me, take care from Babas back. Oh, oh, und drive im Bassin. Hier? Okay. Steh hier in der Car. Ciao. Dieser Funktion. Jetzt gehen wir nach Hause. Kann er selber sich die Zähne ziehen lassen? Also weißt du. Nee. Heiratende Ägypter. Nee, die sind besser. So ein Mann mit weißem Herz. Och, den lasse ich nicht entfliehen. Den schnappe ich mir. Jetzt nach zwölf Jahren sagt er solche Sachen. Komm her heim, Kerle. Komm her heim. Das ist dein Vater. Und so einen Mann heiratest du nicht. Er sagt, du musst einen Mann wie deinen Vater finden. Der alles erlaubt. So einen Mann heiratest du nicht. Meine Nerven. Okay, Leute. Jetzt habt ihr genug gelacht. Ich kann euch... Machen wir auf. Jetzt gucken wir mal, wie viele Leute vor uns sind. Bestimmt 20. Dann kann ich warten bis übermorgen. Alle mit kaputten Zähnen. Er guckt keine Frauen an. Nur im Telefon. Hast du gehört? Hier. Das hat mir mal die Eva geschenkt. Xylokain. 10% Pump Spray. 10% Pump Spray. Das ist aus... Irland. Ireland. Dublin. Die hat das aber in Österreich gekauft. Das ist ein Sprühstoß. Das enthält 10 Milligramm Lidocain. Und das hat sie sich... Bevor sie... Entwachst... Im Bikini Bereich hat sie sich das zur Betäubung drauf. Bei mir wirkt das gar nicht. Aber im Mund wirkt es. Aber nicht auf normaler Haut. Deswegen habe ich es noch im Kühlschrank. Also... Ja. Auf der Haut und Schleimhaut Rezept. Apothekenpflichtig. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Originalverpackung aufbewahren. Blablabla. Abgelaufen. Oh! 2021 ist egal. Du! Ich nehme alles, was noch abgelaufen ist. Tabletten laufen auch nicht so schnell. Aber auch wenn sie abgelaufen sind, wirken sie noch. Vielleicht ist das für ein bisschen so krank. Du wirst doch... Du tust mir voll mit Belichtung hier. Na gut, jetzt warten wir mal, dass der Vater sagt. Komm. Mach aus das Ding. Jetzt 2 Stunden warten. Jetzt gehe ich heim. Ich habe keinen Bock mehr. Ach, schnell, schnell, schnell. Was ist schnell? Seine Rücken. Den Rücken haben wir ganz vergessen. Ah, meine Nerven. Und jetzt? Mach Mut. Jetzt. You say to this... Eh Radwar. La la la. I will go to Yahya. I don't care. I don't care what the people say. Mir macht das... Der ist nicht gut. Warum tanzen kann doch jeder Seckel? Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. And what he say... What he... What he say against this, Doktor? Is not good. Why? I don't know. He doesn't say something. Geh nicht zu Doktor Yahya, sagt er. Ich gehe jetzt extra zu dem. Ah, wo kann ich jetzt hier binden? Mach Mut. Vieh, 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 Vieh. Guck mal der kleine Furzen. Er hat Angst, ich überfahre den. Der rennt weg. Hau ab genau. Everybody wait for me. Don't worry. So. You feel your back? Ja. Malisch. I'm so sorry. And for the next 10 years, we will not kiss each other. Because my moldy teeth. For the next 10 years, we will not kiss each other. But not mine. Yours. Eigentlich mine. But you have. For deine verfaulte Zähne. Maybe you must go also to the dentist. And then I look to him. He will look to me. How... They are both idiots. Both moldy. This is why they are happy. They are happy. Enough. 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 Ich kann nicht machen. Der Dreckige für die Dreckige. Sag du mal auf Arabisch. Das ist der Videotitel. Mach Mut, der Benzin ist finished. Guck mal hier. Jetzt muss ich noch schwitzen in deinem Ecken. Das ist funktioniert. Der Krippenherz immer. Das ist ein Arabisch-Benzin. Außenruhe, innen Pfui. Nein. Innen Pfui, kein Benzin. Außenruhe, schönes Auto. Aber kein Benzin. Wenn du stehen bleibst, dann lauf ich nach Hause. Außenruhe, außenruhe. Außenruhe, außenruhe. Der Dreckige für die Dreckige. Subhanallah. Boah ist das heiß Leute. Also, der Dreckige und die Dreckige machen jetzt das Video zu Ende. Das war's mit dem Video. Heute ein paar Minuten weniger, aber dafür zum Lachen. Morgen gehen wir wirklich zu diesem Zahnarzt, der nicht gut ist. Du, mich juckt das nicht. Der soll mir noch eine Spritze geben und rausziehen. Was soll da gut sein oder schlecht? Immerhin will er ja den Röntgen. Das scheint doch mal vernünftig zu sein. Bevor er was zieht, will er röntgen. Ja. Ich sage dir, Adina, dass du nicht später etwas sagen kannst. Mahmoud, dieser Fahr nicht gut bringt mich zu Mars. Ich weiß nicht, aber ich sage dir. Was können wir sonst machen? Älse. Älse Radoa, der Beste. Die ist sie allatul ill. Sie will nicht mich und ich will nicht. Und du siehst das Beste. Sie gibt mir einen Tees. Wie drei Tees. Ein Tees ab. Du siehst nicht dieses Gips. Sie machte meine Mose brechen. Und die Brücke ist voll hart und nicht funktioniert. Und dann hat sie noch... Die Brücke, die sie gemacht hat, hat das richtig gepasst. Die ist immer raus. Dann hat sie gemeint, Ah, jetzt müssen wir doch noch mal eine... Der verfaulte Zahn da. Da wollte sie noch mal eine Wurzelbehandlung machen. Und dann habe ich die Brücke weggeschmissen. Ich habe sie zu Hause. Und ein Zahn dafür hat sie mir klein geschliffen. Sieht aus wie ein kleiner Zwergzahn. Weisst? Damit die Brücke passt. Ich mache die nicht immer mit. Einen gesunden Zahn hat sie mir abgeschliffen. Ja, den will ich sie. Und dann hat sie noch so komisches Gel drüber zum Schutz. Und das Gel wird total gelb vom Kaffeetrinken. Deswegen, sie denkt, mach Mut, ich habe so dreckige Zähne. Aber das ist von dem verfluchten Gel, was sie da drauf gemacht hat. Das verfärbt sich. So billig Schrott ist das. Das ist einfach nur zum Schutz. Und man müsste es eigentlich erneuern, den Zahn. Aber da lasse ich gar nichts machen. Ich lasse das wie es ist. Hier in Ägypten, also ich weiß nicht. Ich glaube in Kairo sind die besseren Zahnärzte. Bei uns auch nicht. Also ich habe jetzt fast ganz Nagahamadi durch mit den Zahnärzten. Mir ist alles egal jetzt. Aber in Kairo ist das beste, denke ich. Hier nur die Idioten. Aber das ist das, was du willst, was anderes ist. Aber für die Zahnärzte, sie ist gut. Und nur für die Zahnärzte. Mahmut, I will not go to take out. Even I don't let her put her finger in my mouth. Das mache ich nicht. I have my proud. Three times. She don't give me appointment. She say one hour before. She cannot come, go to the husband. And I hate her husband. With his fat boch. With his fat fingers in my mouth. She don't say to the husband. Der hat so ticke finger, der Zahnarzt. Hast du gesehen? Du warst doch auch bei dem Mann da. Das war ein anderer, so ein junger. Der kommt in die Klinik von Ihnen und arbeitet. Ach so, das ist ein anderer. Der hat Finger. Ein Finger ist so fett wie zwei Finger von mir. Und dann sagt er, ich soll den Mund weiter aufmachen. Wenn er mit so Wurschtfingern im Mund rumfummelt, das geht nicht. Ich habe gesagt, nee, ich will dir immer zu dem. Mir tut der ganze Mund weh. Und dann bin ich so Frau und die will jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt so zickig wahrscheinlich, weil ich so viel Schmerzen habe. Ich habe ja letztes Mal so geheult. Und jedes Mal, wenn wir einen neuen Termin machen, sagt die ab. Was auf das denn? Nisch. Das sagt die einfach ab. Die sah aus wie Diva, gell? Die schlitten Verwandte von der Divi. Divi, das war deine Tante aus dem Nachbarstort. Oder die Mama. Wer weiß. Die war die Cousine der Cousine von der Cousine. Die Diva in Deutschland. Mein Mann, mein Mann. Mein Vater hat auch eine ägyptische Hündin. Die haben wir Diva genannt. Also eigentlich nicht, mein Vater hat sie Diva genannt. Und ich habe auch eine Diva. Die kleine Maus. Die Diva. Okay. Der Dreckige für die Dreckige. Jetzt gehe ich wieder mit unverrichteten Dingen nach Hause. Das war's mit dem Video. Bis die Tage. Mausolema. Bye. Bye. Bravo.